So, Entschuldigung für die kurze Unterpächtung, die AOK hat es ja. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Gut, kommt ja. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, was bringt dann zurück? Gut, jetzt nehme ich auch ein PC von meinem Bruder auf, weil er hat die neueren PC. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist das ein Helikopter von D.A.? Genau und der PC steht eben im Dachgeschoss, also das ist hier super heiß und jetzt gibt's wahrscheinlich gleich in der Regel, Ziel gesichtet. Und dementsprechend laut könnte das dann nicht sein. Hab noch einen Tango. Dann haben wir's. Dann hätte ich echt nicht hier danken müssen, aber es war so cool. Dann haben wir's. Hier werden sie ich glaube nicht alle wieder hin, ne? Brav. Voll in den Arsch getreten. So. Easy peasy. Wir kommen weiter. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Noch mehr. So, jetzt mal schauen, was hier ne Akte ist. Ich habe Hinweise darauf, dass das Kartell Perico ein Haus in einem Dorf namens Todor... ...Statten Sie Perico Santos gebaut hat. Mal sehen, ob er da ist. Okay. Jetzt habe ich das abgeschraubt. Hey, Verlade Perico. Er liebt dich mehr als ein Hühnchen. Er will vielleicht zu Santa Lanka. Er ist erst zehn, aber ist schon groß. Genau wie sein Vater es war. Danke, danke, Mamasita. Das freut mich sehr. Lass mich sehen, ob ich darüber mit der Sueño reden kann. Er braucht immer junge Soldaten, vor allem solche mit viel Platz im Magen. Vale, Vatos, das war's. Perico, wenn es dich ab. Später gibt's noch mehr von eurem Lieblings-DJ, dies heißt es, das ist die Plano. Ja klar rede ich mit Sueño, als würde mir der Cabrón noch zuhören. Pintche Butter. Okay. Ich bin der Riftway. Ich müsste jetzt den scheiß Hollywood, Yayo, von dem warfalschen Riesentit entschnupfen. Auf dem Rücksitz von der Limo. Nicht mit krängeligen Georgias-Falschen, die sich toll finden, weil sie Santa Blanca-Tattoos auf dem Hals tragen und mein Talent an sich vergeuden. Scheiß auf sie, scheiß auf ein Sueño, scheiß auf ein Moro, scheiß auf ein Plaga, scheiß. Perico, Sueño für dich in die Leitung. Ja, ich bin in einer Sekunde da. Okay, das war ein bisschen... Äh, real. Äh, so, machen. Entschuldigung. Das war gerade eine wichtige Nachricht für mich. Äh, ja, hier. Statten Sie Pericos Haus in Todos Santos einen Besuch ab. Ist er da, schnappen Sie ihn. Ansonsten durchsuchen Sie das Haus. Hier ist noch eine Waffe. Ach so, da vorne. Dann haben wir jetzt doch noch all die Waffe. Hier ist eine Waffe. Hier ist eine Waffenkiste. Hier ist noch nicht da. Ach, das ist so eine. Teile. Schalldämpfer habe ich noch nicht. Geräuschminderung. Feierrate, Reichweite. Schaden. Ja, nee, dann, dann nehme ich den. Okay, passt. Ähm, Copter-Heli ist da oben. Darum... ...werfen wir mal wieder die Treppen hoch. So, idiotisch da oben zu parken. ...warte mir mal wieder die Treppen hoch. Da. Ich sag jetzt nicht, ich komm da nicht mehr hoch. Wieso muss ich noch da oben parken? Das war zwar lustig, aber jetzt habe ich nur einen Zweifel. Okay, habe ich in Ordnung. Das hat sich auf jeden Fall geholfen. Gut. Dann geht's jetzt... ...in Richtung DJs. ...seht ja abgestürzt, die Arme. Vor allem wir. Wir haben sie aufgescheucht. Wir haben sie aufgescheucht. Oh, scheiße, wir wurden entdeckt. Okay. Also... Mist, Scharfschütze. Treppe an. Okay, Entschuldigung, aber... Ihr Leutnant versucht zu fliehen. okay war doch nicht jetzt ja 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 oh Die Drohne ist oben. Granate, Vorsicht! Ganz ruhig kommen. Ach, echt jetzt. Granate, los, los, los! Da muss noch irgendwo einer sein. Tja, das hatten wir ja sehr easy, weil ich sie machen kann. Aber... Oh nein, oder? Na bitte, die Unidad schießt aufs Katel. Der Greif-Mots-Kartel-Sikarius an. Okay, jetzt ist es... Das ist eine Scheiße. Hemos gebiado Reforstos a su Position. Acaben con el enemigo. Die Versuche mit dem Traff... Granate fliegt. Was sind denn meine? Oh, die sind immer noch von mir. Na bitte, die Unidad schießt aufs Katel. Shit, die Unidad granate, weg! Die vom Westen. Dammtischeiße! Dekum, such Dekum! Uh, oh! Uh, oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ja ich glaube die ist hier nicht so ach krass, die sind so elite, dass die so ohne ihn gehen kann hm, äh kommt hier bei mir sammeln alles klar wie gesagt ich erhoffte man hört den regen weh wobei gerade erfasst ja 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 und eine Nachricht zu schreiben gut jetzt geht weiter dann bitte ok alles sauber ich mach gut wo waren wir jetzt hin ähm hier gibt's noch einen Fertigkeitspunkt und das da hier gibt's noch eine Waffe ja die SMG will ich überhaupt nicht Aufklärung Rebellenaufklärung verringert die Wartezeit zwischen der Nutzung der Fähigkeit Aufklärung mit einer ähm wir haben vielleicht DJ Perikos Sendestation gefunden prüfen sie das ich ich mach gleich weiter also vielleicht wollte ich mir den da noch und dann gehen das ich fliege bin drauf etwas übers die garten Die werden bald keine Helikopter mehr haben, wenn wir sie weitermachen. So, dann schauen wir mal. Wo sind sie denn? Ach, da. Da ist noch ein Tango. Sehr eingeschützt worden. Sonst markiere ein Hauptmann. Warte mal, ob sie nicht richtig sind, wenn er nicht... Okay, vielleicht kann ich den... Ich gehe in Position für eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Bereit auf deinen Befehl. Hab ihn, er ist tot. Alter, war der geil oder war der geil? Das war ein Headshot. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht! position ziele fast warte die sehen dich da wird verstärkung für die die bewegen sich zu unserer letzten position doch entschuldigung wie wäre es mit einer handgranate ist aufgeflogen wir kommen hier nicht hin ach ja, jetzt kommen wir in die Regen wir kommen hier die wir können die die das war äh nicht sehr äh super alles gut so hier ist äh nicht viel schutz sauber die haben lichtpaneele hier wir haben alarm eingerichtet ich sehe das ähm Der Schalter ist auf der anderen Seite. Da ist ein Hubschrauber. Es wird morgen ein bisschen unfaktisch. Wenn ich den schaffe, bin ich einfach okay. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Gut, das sind nichts. Lass mich in Position gehen. Sekunde, geh in Position. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen? Roger, Ziel erfasst. Ja, ich kann das dann. Hab kein Ziel mehr. 300 ist, glaube ich, der erste große Strich. Ziel erfasst. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ein Heli, los runter. 2 Meter. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Ich will versuchen, den da oben zu bekommen. Der ist 200 Meter. Das bekommt man nur easy hin. 1 Meter. 2 Meter. 2 Meter. 1 Meter. 2 Meter. 3 Meter. Verstanden. Brauche neue Position. Roger, Ziel erfasst. Ich habe kein Ziel mehr. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Heli im Anflug. Alter. Dass sie jetzt... Ziele fasst. Bin bereit. Ziel verloren. Okay, jetzt fängt es ziemlich an zu... Ich habe das Ziel. Warte mal. Warte mal. Alles gut. Jańsk. Hier ist mir sonra die Kopfhörer. Warte mal. Die Kopfhörer? platt durch die. Die Peralter.